Hi, mein Name ist Leo Stoll. Ich mache beim Event und der Lesung von Neven Subotic am 23. September zusammen mit Martin Etrich die Musik. Es werden auch weitere coole Gäste dabei sein. Das ganze fängt um 19 Uhr an und kommt vorbei. Wir freuen uns auf euch. Ciao, ciao, euer Leo.